Vielen Dank. in tokyo jetzt war das endspiel im jahr 2007 6 und 6 zu 4 ein break reicht ihr im zweiten satz hat gut mitgehalten hat unglücklich im tag des ersten satzes agiert hingis alles in allem verdient in diesem endspiel in dem sie morgen auf sandrine testy aus frankreich trifft bin gespannt was die französin martina hingis wird ab verlangen können das war's von diesem halbfinale aus tokyo ich hoffe sie sind morgen wieder mit von der partie wenn es heißt hingis gegen testy martina hingis ist natürlich die haus hohe favoritin also das war's für den heutigen abend jürgen hat gesagt tschüss und servus weiter geht's mit fußball ich hoffe sie sind morgen ab 14 uhr wieder mit dabei das endspiel aus tokyo vor dem fußball jetzt erst aber noch sportcenter mit bettina schneider